da warten die doch oben auf dem dach so kommt auch her leute suchen und retten hast du gehört jetzt geht es ab hier suchen und retten das ziel verteidigen und welche oben oben lang na kacke wiederbelebt und danke 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 ich selber jetzt oben die deck doch tag einfach nicht feind er ist eliminiert hinten irgendwo ist er, rette den anderen jetzt ich habe noch nie mal einen gegner gesehen für die nächste runde oh man ey oh man ey wie sieht die scheiß aus für die negern wie ist die Zigarette rauchen ich bin auch froh ey für die Leute erstmal eine entspannen und so können die erstmal ziehen und so das Ziel verteidigen ist auch für die Leute die bis und so nebenbei noch chillen weißt du eine ziehen wollen und denken so ach ich war gut und so und so und so und so und so und so ich bin auch mit ihr in lauten hier bei den Containern da und so Abin Ich hätte bloß eine Münze gehabt Ja chill Ich weiß das doch nicht Ja was denn? Was ist denn los? Ich wollte auch rumheulen Noch wieder eine Zigarette rauchung Ich will eine Zigarette rauchen Ich will ja erst mal eine Rauch Ausmachen Ausmachen so schnell Das ist ja für die Zigarettenverschwendung Oh man wer trampelt denn wieder neben mir Nein Danke 1.500 1.500 Digga Ja Kann ist aber um Achtung Geine trampeln immer hier rum man Auer ab Aufpassen Jungs Aufpassen Jungs Da war die Bombe oben Einer Haus in diesem großen Haus hier Hier in dem großen Gebäude Hier da hinten oder was? Ja Alles klar Und mitzingeln wir diesen Schwein Kann er mir vorbeiklettern? Er kämpft da drin Oh ja 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 Oh nice Der andere Typ ist hinter mir hochgegangen Ich fahr den Leiter und wollte ihn nicht hochlassen Ich hab ihn gekillt? Ja Wüsste ich gar nicht Heu geil Ich wollte ihn hochklettern Ich hab gedacht, pass mal auf er wartet oben Warte auf der Leiter Kommt er hinter mir Und drängt mich von der Leiter runter So ein Hohrensinn Aber dafür ist er gestorben Basti ey Hehehe Hehehe Nice Nice Was der helft Sie zerstören Feindliche Satcom gesichtet Kommt erlangt Ey jetzt laufen wir alle hinterher hier Ja ich schieß noch rum da Ja die Gegner sehen das auch nicht ne Ja ist klar man Ey Soll ich dich nicht wieder zurückholen? Ah ne du bist ja gar nicht Ich bin nicht tot Nö Würde ich mich viel mehr aufregen Wer da rumgeschossen hat Oh Alter So weit kann ich gar nicht treffen Da oben sind die Sniper Ja ich kann dich so weit gar nicht treffen Alter Das fand heftig Nein Scheiße Scheiße Er rennt auch meine Marke zu Der Penner Was auch red Oh toll Aber Kevin hat mich gerecht Recht gewonnen Alter 4 zu 0 Das wäre geil Da Da Ja 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 Sehr schön Ist eigentlich scheiß geil wer die Marke einsammelt Kriegt der andere auch die Punkte oder? Ja ganz ehrlich Bombe erlangt Ah Alles klar Alter ist das so ein abschgepickter Hurensohn Alter Dann kam er da oben Die Zeit wird knapp Was auch wer denn der rennt jetzt zu den Marken zu? Ja ich wusste es War noch einer Da Ah Von zwei Seiten Da drüben war auch noch oben war auch noch einer glaube ich Du bist so ein Noob-Clan da ey Die beiden Ach der hat meine Waffe geklaut Geklaut Ne Achso das ist die andere Also die hatten die gleichen Zielvorrichtungen irgendwie Alter Das waren richtig dreiste Huren ne? Wie die da gewartet haben an der Baustelle Boah jetzt hoffentlich läuft mir jetzt keiner hinterher ey Bombe erlangt Abschluss bestätigt Abschluss bestätigt Abschluss bestätigt Einer lebt noch den muss ich mal nie in ihm her Die Bombe wurde platziert der war recht laut wie der hinten angeht haben wir kommen nein sieg die haben ob gesiegt diese epische musik epische musik die epische musik ist schon cool irgendwie die bewegungstempo die musik nicht irgendwie von mv3 die 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 Ich kann es gut sein, aber ich kann es dir nicht mehr Was ist das? Was ist das? Das Ding ist das Ding! Das Ding ist das Ding! Special Force Soldiers Ja ja Das ist eine Elite mit den Clanen, ich glaube Das wird bestimmt wieder dieses Jahr Aber keine Spieler mit denen wir das machen können Bestimmt, oder? Es wird ja noch nicht mal einer dabei Alle kleine Xbox Ich glaube nicht, dass wenn du Playstation hast, dass du dann hier beitragen kannst Oder? Playstation, ey Aber Code of Duty Bei der, bei, bei, bei Elite, da steht doch nicht, dass Playstation oder Xbox sein muss Wenn die jetzt da beitreten, äh Dann Die auch bei uns drin, oder nicht? Äh Vielleicht gibt die das nicht Habe ich schon Habe ich schon, du Suchen und retten Könnte da was dran sein So, jetzt hast du vielleicht eine Pause, ne? Wie du da immer schon sagst Das Ziel verteidigen Das Ziel verteidigen Die Buchtel Oh, da hinten Da ist ja gerade auch so in der Luft Da, da waren welche sonst, ja Ah Die Bombe wurde platziert Oh Ah, da hinten war ich 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 Keine Keine Die Bombe Die Bombe Die Bombe Die Bombe Aber nicht im Kampf Wo war der denn? Der war der bestimmt nicht hinten Ah Das ist doch ein Scheiß Oh ne Leider richtig gesound-hurt Das Ziel verteidigen Ich muss noch andere Abschussserien reinmachen Ja Muss man schon hier Musste das auch ändern Abschuss bestätigt Da hinten, wieder am Campen, wenn der will Da Ah sehr schön Der ist so ein Arsch, der schießt da so rum Einer lebt noch Der hat bestimmt Angst, der Camp denkt wo jetzt Na wer hat ihn Ah Kevin Ah der ist die AK Da oben ey Ich hab mich schon gewundert, weil ich ihn gehört habe Aber ich wusste jetzt nicht, ob da oben war Irgendwo da rumgeschimmelt ey Sehr schön Geht auch gut ab ey Was los Kevin ist dafür, ne Äh ne Kevin ist viel Achso Nebenbei sieht man immer oben jemanden so ne So seine Statistik und so Hallo ähm Immer der vor dir ist Achso Ach der vor mir ist Abkommen bereit Abschuss bestätigt Hey was für ein Camper alter Wir liegen in Schirrung. Kev, wir haben spawnen beide. Kev, spawn. Ich wollte eigentlich jetzt Kevin seine Marke sammeln, aber okay. Na toll. Halbzeit. Hätte er ja mal machen sollen, wenn er in seiner Nähe ist. Dann kann man gleich noch schnell den Dock-Take sammeln und nochmal von der Punke kriegen. Aber du weißt ja nicht, ob du wirklich sowas trauen kannst. Er kann dich ummessern und dann hat er dich geohnt. Das Ziel zerstören. Bombe erlangt. Ich würde das aber vortäuschen oder sowas. SATCOM-Verbindung aktiv. Jetzt sind sie zum Beispiel nicht mehr aufgerufen. Abschluss bestätigt. IMS einsatzbereit. Ich habe IMS noch mitgenommen, ne? Als Streak. Wir liegen in Schirrung. Alter, wir sind voll gut, ey. Was ist los? Was geht ab, ey? Wir sind richtig geil. Kevin geht richtig ab, Alter. Hier. Kevin haut die alle weg, ey. Richtig heftig. Leverkusen, ne? Ja. Mit der Beschwerde. Sie zerstören. Bombe erlangt. Ich war locker auf die Bombe, Alter. Komm gesichtet. Er hat sich nach vorne gesurft. Er hat sich nach vorne gesurft. 200 für Assistenzpunkt, ey. Ah, klar, Mann. Abschluss bestätigt. Nein, das war scheiße. Das war scheiße. Er hat gewartet, dass du gespawnt bist. Er hat darauf gewartet, Digga. Die Bombe wurde platziert. Bestimmt. Bestimmt hat er da gegeiert. Ich mach kurz Pause nach der Runde. Dann komm ich wieder. Ich stelle irgendwie eine Runde alleine. Habibi. Uhh. Marke father hat's occupied. Der war cool. Der war cool. Aber der Gegner hat ziemlich schlecht getroffen, eigentlich. Gut gemacht, meldet euch zu einer Analyse. Auf zur Analyse, eher so 9 zu 3, 2 Rettung, kurz nicht da, kurz nicht da, gleich, jo. Na, dann kurz die Pause, sonst. Die Pause, sonst. Ja, der Motor hat mich schon geborgt, ey. Ich bin gleich wieder da, kurz. Oh, please, stop it first. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it, stop it, stop it. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum bist du so geil? Warum bist du so geil? So bist du geil, so bist du so geil. So bist du geil. So bist du geil.